Perfekt! Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen! Das ist einer der bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert! Prismatom-Licht-Generator-Ahne! Oh mein Gott. Ja, er schafft es, am helllichten Tage die Lichter anzumachen. Congrats! Du hast gerade bewiesen, wie man effizient Strom verschlemmert. Das nenne ich eine wirklich hervorragende Leistung.